Meine Damen und Herren, dann machen wir jetzt weiter. Heute um ist den 26.10.13 Uhr. Jetzt sind wir bei 71,9%. Da haben wir nicht mal viel. 30%. Na, eher 28,1%. Jetzt sind wir bei 71,9.15 Uhr. Das ist doch okay. Dann machen wir Essung. Die Mission. Die Mission. Ich kann mich nicht ducken. Ich kann mich nicht ducken. Die Mission. Ich werde dich nicht beschützen. Was ein dummer. Hallo. Ich bin Sargento Sabon. Ich habe mich gezwungen, um diese Municipalität zu verleihen. Wie die letzte Zeit. Gut, mit dem. Ich habe mich gesagt, von einer Sturzweinbarkeit, dass du viel über Freiheit wissen. Die einzige Sache, die ich über die Guerrillas wissen, ist, dass sie mir mehr Probleme haben als die Soldaten. Ich bin sicher, sie machen. Wenn sie auf meine Lande kommen, ich immer sagen, die Armee zu sagen. Cut die Scheiße. Ich weiß, deine Frau hat mit den Guerrillas gearbeitet. Ich habe sie und ihre Freundin Libertad gearbeitet. Was? Gloria? Impossible. Wo ist sie? Sie ist hier in Fernando. Sie ist ein collaborator. Und so sind Sie. Es ist diese Municipalität. Aber woher? Ich habe keine Zeit, um ein collaborator zu sein. Ich brauche Informationen auf alle neue Guerrillas du gesehen hast, hier vorhin. Die Name Danny ring a bell? Never heard of that name. Where are the Guerrillas Cassius? Cassius? I don't know. I want to see my daughter. Where is she? She's safe. For the time being. All right. How much do I have to pay you? You can't bribe me. Tell me where the Guerrillas Field Hospital is. I don't know. Where is Gloria? Once I see her, I'll pay you. Senora Toca. Gloria is at a farm nearby. She will leave it today. Tell the truth and she'll be alive. Lie and she will die. It's a farm. But which? All of you farmers are the same. You love lying to my face. I am not lying. What do you mean? I talked with one of your farmers today. He didn't want to talk. Then, we played Russian Roulette. Yo mio. I am not collaborating. The last thing he said was, Toca is working with Libertad. Then I shot him. I don't work with Libertad. He only lasted one round. Let's try again. Tell me what you know about Libertad. I know nothing. No, 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 no! I confiscated his farm in the name of Yara. Senor Guantorena put Libertad before his own country. Guantorena. Don't make the same mistake. Tell me what you know about Libertad. He's lying. He's got bananas in his brains. Get out! 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 So, erstmal jetzt hier das mitnehmen. Ich kann mich ducken und das hier nicht mitnehmen. Aus irgendwelchen Gründen auch umnehmen. Hier unten kann ich mir komischerweise auch mit ducken. Das ist gar nicht so weit. Das kann ich mir nicht mehr probieren. Oh, oh, oh. Ich sehe einen Medik. Buenas noches. You better take that, rápido! Help me! Fuck me, Luke! Better watch myself. Help me! Don't die! Halt die Fresse! Halt die Fresse und schieß dich gleich! Halt mich los! Oye! Hier! Halt mich! Oh, danke! Du hast mich geschehen! Komm! Deine Mutter ist über dich! Ich werde! Ich versuche! Ja, dann bleib auch nicht, kann man immer wegschieben. Hallo? Ich möchte dir bedanken, dass du meine Tochter zu retten! Kein Problem, Sra. Atoka. Ich und meine Farmer werden von jetzt auf die Freiheit helfen. Ich kann promise! Gracias! We also have a gift for you! Come by my farm when you can! Warum ist die Farm? Digi, soweit komme ich gar nicht! I-I-I-I! Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin! Dann brühe ich nicht! Wie viele Tiere bei mir! Wir sind sehr oft abgestiegen! Du hast die Gefahr! Wiebe! Suche jemand wurde auswähler! Was ist das? 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 Was ist also? Lass uns nicht gut Das war's Not so. Was ist das? Wacken Ich habe das? Was ist das? Was ist das? Tschüss. Schade, dass der Alarm nicht mehr funktioniert, ne? Meine Fresse! Ja! Shit. Ich bin auf dem Land. Ich habe so viele wie ich konnte. Halt dich. Ich werde die Barsche und zurückkommen. Danke. Das ist Admiral Benitez. Für die falschen Terroristen, ich habe dich genau wo ich möchte. In diesem Moment, die Militärer sind in deine Position. Ich empfehle, die Barsche, und die letzte Mal sehen, eine Nation, die nicht möchte. Insofern, die Yara als Auskast, wirst du sterben. Hier. Jetzt. Hallo. Wir wollen die Barsche. Na wie lächerlich diese Winkel sind, ne. ja Oh, shit, yeah! Hey! Get in the turret! What about that? No turret, Donnie! Come on! I've got a little locker working! That place wide! Take my back! Get to the place of freedom! Work it! Get away to peace! Ah! Get out! Get out! I'm moving! I'm moving! I'm moving! Get out! GONIO! 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 I should have called earlier! The bell should be there any minute! Keep it up! Keep it up! Get out! Get out! Get out! We've wanted every apartment! Get away from him! Help! 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 Run! Upp! We keep it! Get away from him! I'm going! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Also von hier hinten sieht der Rauch dahinten relativ gut aus am Sputern. Das kann man bei der PSG-Waison glaube ich nur auf Entfernung machen. Das war fucking intense! Das war fucking intense! Also hier ist ein Posten, den man ausräumen kann. Dann denke ich mir, dass hier oben wahrscheinlich noch was ist. Äh, markieren wir erstmal dich. So, hinter mir liegt irgendwo ein USB-Stick. So, hinter mir liegt. Das ist doch aufgestellt. Nice. Das ist doch aufgestellt. Lera, ich habe LaMoral. Warum hast du mich nicht zum ersten Mal? LaMoral? Ich habe das letzte Mal gehört, sie waren eine kleine Gruppe, immer auf der Beste der Fallen. Sie machen mehr Kampf als die Legenden. Okay, aber was ist dein Schritt? La Moral has a bad rep and I don't want Libertar's name to be dragged down with him. I'll keep my eyes open. An alarm. Nothing. Better watch my step. You better. There you are. Sniper! Forty for casualty! Two. Two. One. Where is the letter? There. Two. Three. Two. 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 Three. Two. Four. You better not try it here. Oh Was up? There used to be a theme park nearby before the military took it over. Now they use it to land and fuel up choppers. You could probably wander through most of the park without being caught. But once you get to where they keep the choppers, stay sharp. Gracias, gracias. Ah, ok, that was the FND Basis. Ok, a Flugsabschutzgewehr is there. Halt die Fresse, Dickie. Wie komme ich da hoch? Ah, es gibt einen Quatsch. S toim. So. 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 So is it a는데요? Keiner da. Eigentlich unbegängig, dass hier keiner ist. Digi, es gibt einen Grund, warum ich das auswähle, da will ich nicht noch die andere Scheiße Das ist ein Problem. A bunch of Soldados have taken over something that looks like a caveman theme park. Das ist Valle Prehistorico. Welcome to the Ass and the Viara, Dani. The last I heard, the Army turned it into a repair depot for its Helicopters. Go take it over and steal us some air support. Come here. Come here. Also, ich bin nur so gut, wie ich gut bin. Ich bin nur so gut, wie ich bin. Ich bin nur so gut, wie ich sie kommen muss. Das ist durch denorsen Einrichtung. Wie ist die Zeit? Ich bin nur nur sehr, schön. Denn ich bin auch sicher. Ich bin so gut, wie ich bin. Ich bin so gut, wie ich es. Ich bin so gut, wie ich bin. Das war's für heute. Sie haben eine Medik. Hallo, Tock. Ja, komm, das war es wieder mal komplett, Dinger. Okay, doch nicht. Okay. Das haben wir nicht auf die Schütze. Okay. Adios. Pia auch. Zuerst du mal nicht abbogen. Pia auch. 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 Also dann mache ich hier aber mal einen Cut und wir werden uns dann gleich bei der nächsten Folge uns an dieser Stelle wiedersehen.